Du machst mal deinen Mega-Schnitten, das reicht eigentlich schon, ne? Oder fast. Oh, mit dem Counter besiegt. Da siehst du natürlich die Hefte vom Text nicht mehr, ne? Wieso habe ich das eigentlich nicht immer? Das hatte ich doch schon mal vorher. Boah, der hat heftig. Ach, Mann. Ey, das war perfekt. Jetzt trifft. Wirklich. Die Mecha-Teile werden zu einem Problem. Mit ihm. Das war's für heute. So. Nochmal. So, und jetzt. Let's treff. So. 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 Nein, Mann. Da können wir gut was rausholen. Metall und Gold. Schwierig. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Oder doch, Gold kriegen wir hin? Metall? Metall nicht so, ne? Ne. Außer... Nein! Das macht doch richtig. Ähm... Wo ist es? Shield Shell. Aber das hat jetzt irgendwie... Hä? Was wird das jetzt... Wo ist diese Spezialfähigkeit hin? Ach, ernsthaft? Das hier geht noch weiter? Kann mir auch mal jemand sagen. Attack, Mecha-Health. Ja, bitte! Ja, bitte! Da brauchen wir aber noch mehr Crafting-Material. Ja... Ja... Diese Pucks lohnen sich mal so überhaupt nicht. Und... Silver Tape. Und... Das kann ja nicht sein, dass der ständig verfehlt. Und was brauchen wir jetzt dafür? Ähm... Klebeband und Holz. Haben wir glaube ich beides noch. Ja... 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 Plus 20% Mecha-Combo-Damage. Weil mehr Damage wäre auch wichtig. Ach, die Tape-Packs kosten auch gar nicht so viel. Okay. Ja... Doch, das lohnt sich schon mehr. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Das... Das... Plus 20% Helf und 60%. Oh... Nice. Das ist... Oh... Super. Hätte mir auch direkt mal jemand sagen können. Na komm, das kann ich auch mal mal sagen. Pack hole ich noch. Oh... Auch noch schon direkt als Holz. Nice. Ähm... Nein. Ja... Plus 10.000... Das hier. Mecha-Helf. Und... Ja... Das 50 Mecha-Helf und... Das 50 Mecha-Helf und... Plus 10.000 Repair. Das... Das sollte doch mal was... Bringen. Du-du-du-du-du-du-du... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, so weit kommt er gar nicht. Aber vielleicht kann... Nee, kann sie nicht. Dann tu einfach, was du so tust. Außer, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, kommen. Die kann ich noch nicht wieder bewegen, ne? Hier ist der Robber. Die müssen wir jetzt zerstören. Die halten nicht so viel aus, ne? Wie sieht's mit der Reichweite hier aus? Drei in die, drei... Ja... Ja... Hä? Ach, ich hab mein räumliches Denkvermögen hier. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist eine Free Action Das ist eine Free Action WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR What? Ja, ist jetzt gut Ahem Sie muss sich mal heilen Du gehst hier, genau, du gehst hier aber Wie hoch ist die Reichheit von dem Ding? Ich muss hier hingehen, ne? Ja Wie hoch ist die Reichheit von GmbH im Auftrag des WDR? Ja! Wie hoch ist die Reichheit von GmbH im Auftrag des WDR? Kann ich wieder? Ja! Ja, super! Kommt mal alle hier rüber. Ah, nee, nein, will ich gar nicht. Warum kann ich da nicht wieder raus? Ich klicke hier echt nur auf die falschen Knöpfe, ne?